Online-Geister, Hausmeistereien. Hallo liebe Podcast-Hörer und willkommen zurück im Radio bei Radio KURAX bei Online-Geistern. Zum Finale gibt es von uns wieder Musik, die ihr frei verwenden könnt. Und vorher bringen wir euch noch auf den aktuellen Stand, also Ohren auf. Ja, was steht denn eigentlich im KI-Gesetz der EU? Genau, also wir haben heute sehr, sehr KI-lastige News übrigens generell. Aber Merkung Nummer 1. EU hat sich auf Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz geeinigt. Das sogenannte KI-Gesetz oder halt auf Eng der AI-Act. Und ja, nicht alle Beteiligten glauben jedoch, dass halt eben da die Balance zwischen Sicherheit, Innovation, Grundrechten und so weiter gelungen ist. Generell macht die KI Lobby, für alles ja auch Lobby-Organisationen, also hat eben entsprechende Unternehmensvertreter, die sich dann auch zusammenschließen. Die haben halt eben gerade bei generativen Modellen, Stichwort Chat, GBT und Co., halt ordentlich Druck gemacht. Und skeptisch, ob der AI-Act gelungen ist, zeigt sich auch der rechtspolitische Sprecher der CDU, Axel Voss. Und da möchte ich nur sagen, wenn gerade dieser fachlich zurückgebliebene Laie sich beschwert, hat die EU doch eigentlich alles richtig gemacht. Wir kennen Axel Voss noch von 2019, als es um die Urheberrechtsreform der Europäischen Union ging. Hier Hashtag Axel Surft und so weiter. Axel hat für alle Cookies gebacken und etc. Also er hat null Ahnung eigentlich von der gesamten Thematik. Ich meine, es ist schon vier Jahre her. Vielleicht hat er einen Volkshochschulkurs gemacht oder so, keine Ahnung. Der ist ja auch der rechtspolitische Sprecher, nicht der netzpolitische Sprecher. Ja, aber ich bin der Meinung, also der AI-Act ist so gelungen, wie er halt eben zum aktuellen Stand sein kann, wo halt eben das gesamte Thema AI, KI, ja eigentlich noch ziemlich in Windeln ist. Also es tut sich noch, es wird sich noch sehr, sehr viel tun. Also da ist noch lange nicht der letzte Lied gesungen. Ich glaube, hier kann man sagen, wo unsere Bundeskanzlerin vor Jahren das Internet als Neuland bezeichnet hat, wo viele sich darüber lustig gemacht haben. Bei KI kann man das, glaube ich, so noch sagen, oder? KI ist für die meisten auf jeden Fall Neuland. Also ich beschäftige mich wissenschaftlich zwar schon seit 2018 mit dem Thema, aber in dieser... Und so war es sich lange her. Ja, aber ich habe halt eben auch 2017 mit meinem Studium abgeschlossen. Also insofern, ja, aber anderes Thema. Amazon hat jetzt ein KI-Chatbot namens Q. Das bringt natürlich eine gewisse Fallhöhe mit sich. Vielleicht kennen einige Leute den Gadget-Spezialisten bei James Bond, der sich Q nennt. Und auch bei Star Trek gibt es einen Charakter, der Q heißt und ja... So ein omnipotentes, interstellares Wesen ist. Ich habe letztens mit TNG angefangen, ein weirder Typ. Na, mal schauen, ob sich da die angesprochenen Lebenskunden Lust darauf haben, 20 Dollar im Monat pro User auszugeben, damit Q E-Mails entwerfen, Daten abfragen oder Dokumente zusammenfassen kann. Genau, denn bisherige Tests mit Q fielen auch ziemlich ernüchternd aus. Also wie zwar auch viele andere Chatbots, KI-Bots, halluziniert Q, aber Q halluziniert eben noch mehr Fakten zusammen als Chat, GPT und Co. Also da muss noch einiges nachgebessert werden von Amazon. Aber Amazon hat jetzt halt auch einen eigenen AI-Bot. Man muss ja mal auf dem neuesten Stand bleiben. Und Meldung Nummer 3. Google kontert jetzt mit Gemini oder Gemini auf OpenAIs GPT-4-Standard. Noch ein KI-Bot? Ja, beziehungsweise eine Erweiterung. Google hat Gemini angekündigt, seinen bisher größten und leistungsfähigsten Chatbot, beziehungsweise Large Language Model. Es gibt ja schon Google BART, das ist vergleichbar mit der kostenlosen Chat-GPT-Version 3.5. Und GPT-4 ist eine kostenpflichtige Variante von OpenAI. Und Gemini oder Gemini, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, soll halt eben genau auf diesem Level auch mit sein. BART soll künftig mit einer Version von Gemini ausgestattet sein und mehr als 170 Ländern dann zur Verfügung stehen. Erstmal auf Englisch und auch außerhalb der Europäischen Union, erstmal aufgrund von Rechtsbedenken an einigen Stellen. Und Gemini soll nicht nur Texte schreiben können, sondern auch Bilder interpretieren können. Und laut Vergleichstests besonders gut Programmcode schreiben können. Also liebe Informatiker... Da hat ja JGBT besonders viel Spott erfahren. Ja, aber liebe Informatiker, entweder Konkurrenz oder extreme Unterstützung. Das ist ja immer eine Interpretationssache. Aber da kommt auch einiges auf uns zu. Wobei Programmierer ja oft einfach von welchen Code nehmen und rauskopieren. Das ist, glaube ich, da kurz einen guten Ton. Du hast einen sehr schönen Code geschrieben, darf ich den haben? Na klar, bitteschön. Github und Stack Overflow sind dann freundlich. Aber anderes Thema. Das erstmal dazu. Ja, wir haben noch ein paar Sachen im Ticker. Studium der Influenzerei in der Gen Z träumen viele davon Influencer zu werden. Jetzt lässt sich das auch studieren. An der SETU, die Southeast Technical University in der Stadt Karlau in Irland, ist der offizielle Name des Studiengangs Bachelor of Arts Content Creation and Social Media, berichtete die Washington Post. WordPress-Blogs sind jetzt Teil vom Feediverse. Blogs bei WordPress können jetzt zum Beispiel auch über Mastodon oder auch bei meiner Plattform, der Seminar Campus, wir haben da auch entsprechende Schnittstellen, abonniert werden. Schöne Sache. Ja, schrieb TechCrunch. Instagram Threads startete jetzt am 14.12. in der EU. Das war ja vorher noch unklar, wann die anfangen. Jetzt sind sie endlich da. Wenn ihr in unsere Folge zu Threads reinhört, wisst ihr mehr. Und im Vereinigten Königreich haben Teenager deutlich mehr Lust auf generative KI als Erwachsene. Vor allem Snapchats MyAI, nennt sich dieses Tool, erfreue sich laut einer Ofcom-Studie großer Beliebtheit. Ja, unsere Meinung dazu, junge Menschen probieren neue Technologien aus und ältere Menschen sind da skeptisch. Boah, krasse Info. Ja, die Aufkommensstudie verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Ja, aber wir haben es zumindest bestätigt an der Stelle. Ja, es ist nochmal untermauert an der Stelle, aber nichts Neues. Und das was wir mit Hausmeister rein. Ein Valhalla-Lied habe ich noch, nämlich von Miracle of Sound. Das dürfen wir auch in der Podcast-Folge drin lassen. Gavin Dunn macht sehr viele schöne Lieder, die ihr nicht kommerziell verwenden dürft. Hört gerne mal rein und ich glaube, einer seiner größten Hits, der sich mit dir gegangen ist, ist Valhalla Calling. Hört gerne mal rein und ich glaube, Hört gerne mal rein und ich glaube, ihr könnt. Hört gerne mal rein und ich glaube, ihr könnt. Valhalla, Tal and Peace Ho, ho, ho To love the strings of destiny Ho, ho, ho Valhalla, Tal and Peace Valhalla, Tal and Peace Sails are swaying on the crimson rivers Blood and glory in the fighting fields Shields are shattering to splintered timbers Iron and steel Fires are rising and the bells are ringing Glory tickles into Odin's halls Golden glimmer and the sound of singing As guards call Ho, ho, ho The echoes of eternity Ho, ho, ho Valhalla, Tal and Peace Ho, ho, ho To love the strings of destiny Ho, ho, ho Valhalla, Tal and Peace Valhalla, Tal and Peace Wind and the waves will carry me Wind and the waves will set me free Wind and the waves will carry me Wind and the waves will set me free Wind and the waves will set me free Ho, ho, ho The echoes of eternity Ho, ho, ho Valhalla, Tal and Peace Ho, ho, ho To block the strings of destiny Ho, ho, ho Valhalla, Tal and Peace Valhalla, Tal and Peace Garden Heaven done, Miracle of Sound Mit seinem vielleicht größten Hit Valhalla calling War das ein Wunschlied? Jaaaa Weihnachten ist gerettet Oder Jülfest, wenn wir uns Nordisch halten wollen. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist Weihnachten schon gewesen. Ja, dann wurde mir Weihnachten bereits gerettet. Ich hoffe, ihr haltet ein wunderschönes Weihnachtsfest. Das war es für heute von uns. Hat mich sehr gefreut, Christian. Christian hat mich ebenfalls sehr gefreut. Und wir hören uns das nächste Mal. Dann geht es um die Social Media Trends 2024. Das war Online-Geister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com. Untertitelung des ZDF für funk, 2017